Uttitahasta Padangusthasana in Uttana Kulpa Ekapada Setubandhas Sarvangasana Eine Variation der Schulterbrücke. Von der Rückenlage ausgehend beuge die Knie, gebe einen Fuß auf den Boden, hebe das Becken hoch und fasse dann mit dem gegenüberliegenden Hand an die Außenseite des Fußes oder fasse an Padangusta, eben an den Großzehen. Uttitahasta heißt erhobene Hand an Padangusta, also an die Großzehe und habe dabei das Fußgelenk erhoben, Uttana Kulpa. Dabei hast du Ekapada, ein Fuß auf dem Boden und das Ganze ist eine Variation von Setubandhas Sarvangasana. Diese Stellung stärkt gleichzeitig einen Oberschenkel, dehnt das andere Bein und ist eine leichte Drehung für den Rumpf.